Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Ich muss ja mal ein bisschen Werbung für meine Bastelkollegen machen. Wie ihr hier gerade seht, Atze ist fleißig am Basteln, da erklärt gerade Marco was. Und ja, so ein bisschen, Atze ist ein bisschen Video faul geworden, sage ich mal auf YouTube und keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal das Video, Atze mein guter, ich hoffe mal, dass ein paar in die Kommentare schmeißen, hier haut mal rein, wenn Atze wieder Videos machen soll, auf YouTube haut mal rein, Hashtag aktiv, dass der Atze mal sieht hier, dass ein paar Leute gerne. Also ich würde gerne wieder Videos sehen von dir, du hast mir schon ein paar geschickt, aber es würde bestimmt mich und viele andere freuen, auch du, Johannes, du bist auch angesprochen und alle anderen Bastelkollegen, haut mal wieder ein paar Videos raus oder so, gerade hier, was weiß ich, zu meiner Entwicklung, da kann ich euch gleich noch mal verlinken oder so, wie ihr Bock habt. Beziehungsweise, nee, wir machen das anders, wir gucken mal ein paar Kanäle durch und dann könnt ihr die auch mal ein bisschen zuspannen, dass die, wenn die wieder mal auf die Glocke gucken, dass die wieder mal sehen, hey, hier ist noch Interesse. Ja, wäre mega cool, würde ich cool finden, wir gucken jetzt mal zusammen dann am PC noch ein paar an. So, ich habe jetzt mal beim Atze auf dem Kanal noch ein paar Video, äh, noch ein paar Kanäle rausgefunden, der eine oder andere weiß es ja, ich wurde ja gehackt und da waren natürlich auch meine Abos und alles weg. Also, erstmal cool, Atze, dass du noch hier deine Kanäleliste hast, da konnte ich mir ein paar wieder so, guck mal, was ich hier gefunden habe, hier ist noch ein alter Kanal von mir. Hattest du total vergessen, ich brauche auch keine Zugangsdaten mehr, ne? Na, auf jeden Fall, ich habe euch mal ein bisschen was rausgesucht, weil da will Musik drunter und, ja, smash mal den Abo-Button und gerade, wo ihr seht, bei den YouTubern, wir gehen jetzt hier mal, äh, keine Ahnung, Einfachheimer Videos, die eben hier vor zwei Jahren oder so das letzte Video gemacht haben oder irgend sowas, dann bitte ich euch, macht da mal ein bisschen Rabatz, ein bisschen Stress, ne? Dass die Jungs wieder, dass wieder losgeht, ne? Wir wollen auch ein bisschen Content haben. Ich möchte mich hier an der Stelle schon mal vorsichtshalber entschuldigen, falls ich irgendeinen Kanal vergessen habe, der mir vielleicht auch selber am Herzen liegt, aber ihr seht selber, es sind sehr viele Kanäle, wie gesagt, durch meinen Kanal-Hack ist leider, meine Listen ist alles weg, ich bin jetzt leider zu klein auf YouTube, um hier Kanäle, so einen Button anzulegen oder das gibt es glaube ich nicht mehr, ne? Also bitte nehmt mir das nicht übel, falls ihr noch jemanden habt, wo ihr sagt, hey, den hast du vergessen oder so, haut den noch mal in die Kommentare und dann muss ich dann eventuell noch mal ein Video machen, wenn ich wirklich sehr, sehr viele vergessen habe oder wenn du da draußen sagst, Mensch, wäre schön, wenn auch jemand bei mir mal vorbeischaut, ich bastel irgendwie Juli, Bedini oder willst du die Welt halt ein bisschen besser machen, sagen wir es mal so, dann außer Politik. Ja, haut deinen Kommentar unten rein und dann mache ich noch mal so ein Video, ne? schreignisse.com Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.